Nikolas Schoch fährt mit dem E-Scooter in die Augsburger Innenstadt, wo ihn eine ganz neue Regel erwartet. Wir kommen jetzt in die Innenstadtzone, also quasi die Zone, wo man jetzt nicht mehr parken dürfte. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Augsburg Ende Mai. Wild parkende E-Scooter als Stolperfallen und Hindernisse. Das Problem ist halt, dass die Menschen zu blöd sind, die ordentlich hinzustellen. Das ist schon sehr unangenehm. Gerade mit Kinderwagen kommt man schon schwer durch. Das will die Stadt nicht mehr hinnehmen. Von nun an dürfen E-Scooter nur noch in speziellen Parkzonen abgestellt werden. Und nicht mehr da, wo man will. So zumindest die Vorgaben an die Anbieter. Nikolas, inzwischen am Ziel angekommen, macht den Test. Also wir sind jetzt hier in der Parkverbotszone. Wenn wir jetzt auf Fahrt beenden gehen, dann kommt die Fehlermeldung, keine Parkzone. Und solange er sich nicht ausloggen kann, muss er weiter für den Scooter bezahlen. Und jetzt muss ich in der App schauen, wo ist die Parkzone. Ich habe jetzt hier Glück, weil die ist jetzt hier direkt ums Eck. Das ist so ein grüner Punkt auf der App. Und da muss ich jetzt hinfahren und da kann ich den dann abstellen. Also kein Roller mehr auf dem Gehweg. Es muss die Parkzone sein. Ich finde es sogar eigentlich einen Vorteil dadurch, dass die Scooter dann alle auf einem Platz stehen und nicht einfach quer verteilt. Und man dann immer weiß, wo ein Scooter steht. Nikolas hat jedoch einen Kritikpunkt, den er direkt mit den Verantwortlichen der Stadt besprechen kann. Das ist auch in der App, finde ich, nicht ideal dargestellt. Die Punkte sind ziemlich klein. Und das ist auch während dem Fahren dann schauen müssen. Und dass sie dann erst sozusagen ranzoomen müssen und dann erst sehen, okay, da ist der grüne Punkt, da muss ich hin. Und das könnte in der App schon deutlich größer auch dargestellt sein. Wie finden Sie diese Anregung oder können Sie das nachvollziehen? Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber das wäre halt eine Sache, die auch die E-Scooter-Anbieter dann so ein bisschen bei sich in der Software dann nachbessern müssten. Also sicherlich eine Anregung. 29 Parkzonen hat die Stadt im Zentrum eingerichtet. Jeweils im Abstand von rund 150 Metern. Wir gehen davon aus, dass diese anderthalb Minuten, die man für die 150 Meter braucht, dass die eben zurückzulegen sind und dass die auch von den E-Scooter-Nutzern dann auch akzeptiert werden. Also 150 Meter sollten eigentlich passen, wenn man in den Zonen parkt. Also sorgt halt auch dafür, dass die Straßen sauber sind. Also eine Win-Win-Situation. Also bei dir ist nicht so, dass du jetzt auf einen E-Scooter deswegen verzichten würdest? Nein, auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, ist blöd, dass du da hin musst, aber musst halt machen. Das E-Scooter ist halt, ich sitze mich rauf und stelle hin, wo ich gehe und stehe. Aber das geht halt nicht. Kannst nicht einfach, ja, muss ja daheim auch mal aufräumen, oder? Viel Zustimmung also zum Konzept der Stadt. Bis wir Eva Kallenberger treffen, die mit ihrem Kleinkind auf Parkplatzsuche ist. Also ich wohne hier oben rechts in dem Haus, hier auf der rechten Seite. Das wäre jetzt der letzte freie Parkplatz, aber der ist jetzt leider eingezeichnet. Es wurden hier 23 Parkplätze in der Innenstadt weggenommen. Hier ist wirklich jeder Parkplatz Gold wert. Wenn ich diesen Parkplatz hier von den E-Scootern beobachte, stelle ich fest, dass der maximal zu einem Viertel ausgelastet ist. Also da stehen auf einem ganzen Parkplatz vielleicht drei, vier Scooter und der Rest ist frei. Also man könnte die Plätze maximieren. Ich will auch mal was sagen. Also da, wo die weite Markierung ist, da stehen immer nur die Roller. Genau. Man könnte die zusammenfassen, zusammenlegen oder andere alternative Flächen dafür finden. Damit die E-Scooter besser integriert werden können, muss also das Auto zurückstehen. Etliche begrüßen das. Eva Kallenberger muss mit ihrem Sohn aber eine weitere Runde drehen, um einen Parkplatz zu finden. auf gibt's die E-Scooter受kvivieren können.